Wenn du bis jetzt deine Firma vorgestellt hast, wo du beim Vater eingestiegen bist, wie hast du die Firma vorgestellt? Was hast du gesagt, was mache ich dir? Was ist das für eine Firma? Das ist mir immer schwer gefallen. Ich wusste nie, wo ich ansetzen soll, wie das ich präsentieren soll. Jetzt mit Apple3 muss ich sagen, jetzt habe ich die drei Werte erarbeitet. Mit diesen drei Werte kann ich mir jetzt viermal vorstellen. Daraus haben wir auch ein Versprechen gemacht, aufbauend, richtige Sätze, richtige Reihenfolge. Jetzt gerade frisch wurde. Kannst du dich schnell verinnerlichen oder lernen? Sind die drei Sätze für dich kompliziert? Nein, die sind gar nicht kompliziert. Ich kann so viel einfacher meine Bude vorstellen. Ich habe es einfacher, ein Gespräch anzufangen und kann erst später in die wichtigen Detail anhängen. Sensationell. Und die drei Werte, ist das für dich das wichtigste Werte, oder gibt es etwas anderes, das auch so wichtig war? Oder sind es die drei Werte gewesen? Vor allem die drei Werte, aber auch das am Schluss, wie ich die Bude vorstellen kann. Die drei Sätze sind der Hammer. Hey, gut. Ich freue mich. Danke für diese super Zusammenarbeit. Bis bald heute.